Das ist Baskett, alles klar. Nichts zu reporten. Ich habe jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass ich jetzt gerade... Jetzt ein bisschen aufpassen müssen, weil da links noch einer ist. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier. Ich kann doch keine Geschütze einsetzen, weil... Weil ich auch viele Feinde an Bord habe. Aber hier ist ein Alarm. Das werden wir mal deaktivieren, die Nummer. Ach, ich habe da mal eine Kamera, ne? Hast du gar nicht richtig gesehen, dass das auf der Kamera war irgendwo? Oder habe ich das gerade einfach nicht gesehen? Also hier ist schon mal alles safe. Aber wo habe ich... Ach, hier, genau, da war die Kamera. Ja, die hat nämlich... Die hat mich gerade gesehen, alles klar. Wir müssen das ganze Ding ein bisschen piano angehen. Was ist das? zu erleben ist einfach dass ich jetzt mich ich will eigentlich gerne erstmal das schiff hier machen und dann in ruhe das daneben da ist doch ein weiterer alarm kann ich hier was die aktivieren ich sag ja wenn wir schon auf der kommandobrücke sind dann könnte man auch hier was bis ich muss aber gerade kurz gucken dass ich da runter komme jetzt wieder hat die kein strobe wie drauf das war jetzt nur der plan wir sind jetzt hier beschäftigt erst mal ja 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 So Wir müssen... ... 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 Scheiße, Heli. Piss ich jetzt. Alter. Hör mich auch nicht einmal anzurufen, mir geht gerade, nervt mich gerade mal nicht. Geschichte. Äh, fuck you. Ich muss mich gerade heilen. Ich brauche mal gerade mal. Ich will diese Scheiß-Heli jetzt mal wegkriegen. Äh. Was ist der Dreckse-Heli dabei geschehen jetzt? Verlassen? Nee. Wo ist der Heli? Der Schorschütze ist schon mal Geschichte. Fressi jetzt! jetzt geschichte der geschichte da wurde so einer Ah, Alter! Darf es doch mindestens einer da oben? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Heli noch... Jo, wir haben's! Wollte ich sagen... Ziel abgeschlossen! Wof! Wof! So, dann haben wir das auch! Wow, was für eine Mission! Aber geile Mission! Feine Mission! Geile! Einsatz abgeschlossen! Libertad auf dem Vormarsch! Okay! Okay! If we're shooting on dreams, what are you going to do if you win, Presidente Garcia? The next President won't last six months before they are assassinated. Wait! What? It's the truth! Won't free elections solve that? What happened to your list? It's a vision, Dani. But I'm not as naive as you think. This revolution will free Yara, but won't fix it. When we take the capital, Yara will be burning. When we take the capital, Yara will be burning. Will be civil war, factions, warlords, born-backed coups. Take your pick. Yarens will be killing Yarens for a generation. Uh-huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show us how to break it. This isn't a dream, is it? You have to do this. What makes you say that? No one would choose this. No, Dani. Everyone who follows me, who joins Libertad, chooses this. But you know, I can really see you stocking shelves in one of those giant Yankee supermarkets. Ha ha ha. Fuck you. No, no, no. I just think you look good in a little uniform, name tag, maybe a fancy apron. Leave me out of your fantasies, Clara. Ich habe diese Mission gerade so extremst gefeiert. Ich finde sie so geil gerade. Bienvenidos a mi casa. My favorite guerrillas. I missed my island. Tonight we celebrate. I'm sorry, Hefa. What's wrong? Julio never checked in. Prison Colorado. You are me. I'm sorry. Maybe you are going to kill your fucking True Yarr. I'm sorry, creator of this. It's your sad astride. You're a bitch. Moel, the difference between a True Yarr and a Fake Yarr. It's your father. I can't believe it. But it's there. True Yarr understands that loyalty. It's not even true. To country is key to his survival, not justice, not love, not even family. Loyalty to a vision that looks beyond themselves. Fake Yoners love to be the outcasts. They are addicted to their surface perversions. Chaos, lies, like wild dogs. But dogs can be broken. They conserve paradise. And if a dog refuses to break, like Julio here, like Clara Garcia, like Libertad, then we must put them down. Papa, you've proved your point. Put Julio down. This is a difficult step to paradise, Mio. I understand. But when you achieve our vision, I promise you, there will be no more steps. Yeah, good. Anton möchte ja, dass Diego sein Nachfolger wird. Then, enjoy the show. Regel Nummer 20. Amageria, immer geria. Julio check-in. Proof of death. Join your friend Lita and his sweet hereafter. I keep my promises, Danny. You wanted a boat, you got a boat. It's a beautiful piece of shit, but it'll get you to a junkie beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave? Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You're my best kid here. I can't promise you victory, I can't even promise you survival. What I can promise you is this. You were the lucky one. That usually work. Die zweite Mission. Fifty, fifty. So, guti. Das ist auch ein guter Zeitpunkt, die Folge 10 zu machen. Wo sind wir jetzt gerade hier? Insegruppe Zarmok. Okay. Das haben wir hier eigentlich schon fertig, mehr oder weniger. Nicht 200%, aber wir haben zumindest jetzt Quito und Venzeo fertig. Und jetzt geht es weiter mit der Inselgruppe. Wir haben also viel, viel vor. Ihr seht gerade, wie groß diese Karte hier überhaupt ist. Und ich kann mal jetzt gerade gucken, dass ich hier gerade mal ein bisschen was an Gewehren mich umbaue, als ich ein gewähre. Wie war lieber das? Ja, ich bin kein Schauschütze, definitiv nicht. Ich bin kein Schauschütze, definitiv nicht. Wir müssen mal kurz hin, wir müssen zu einer Werkbank. Habe ich mal irgendwo eine Werkbank in der Nähe? Oh. Ich würde sagen, da vorne. Wir sind übrigens jetzt schon Level 3. Ich muss mal ganz kurz hin, zu meiner Waffen. Primärwaffe 1. Wie war lieber das? Ausrüsten. So, Mods. Amaiya. Gut, hier schauen wir, ob wir nichts machen können. Primärwaffe 2. Auswählen. Standard Munition. Panzerbrechende Munition. Was habe ich denn auf der anderen Waffe drauf? Auf der Viva Libertad. Sind da vier Munitionen drin? Weichtzielle Munition. So, da brauche ich auf der anderen Waffe, da brauche ich da Panzerbrechende. Auf der Zwo. Würde ich sagen. Gut. Dann aber die mit Panzerbrechende. Pointerfell brauche ich nicht. LMG-Mod. Was haben wir denn hier Schönes? Haben wir irgendwas, was wir brauchen können? Nein, haben wir nicht. So, dann nehmen wir das Waffeschimmer der FND. Waffe Nummer 3 auswählen. Haben wir da irgendwas, was wir jetzt... Das hilft uns nicht. Das hilft uns nicht. Ich sehe schon, dass wir tatsächlich seine eigene Folge haben. So, okay. Supremo. Gut. Aber da, Seitenwaffe möchte ich gerne mal nehmen. Ändern. Standard Munition. Und auch hier ist nichts weiter, was ich jetzt haben wüsste. Fahrzeugwaffen. So, Streuung wird verhindert. Wir haben ja Material ohne Ende gefunden. Hier brauchen wir Fahrzeugschrott. Das haben wir eben schon gehabt. Gut. Dann haben wir das Zeug zusammengesammelt. So, die nächste Mission. Gehen wir dann in der nächsten Episode. Haben wir das sagen. Hier bei Let's Play Far Cry. Oh, wir haben jetzt... Da ist auch Zeugs. Hier war die Munition mal, die wir mitnehmen. Später. Gut. Ich würde mal sagen, wie sie gehen raus. Wir sehen uns noch in der nächsten Woche. Wenn ihr Bock drauf habt, morgen um vier. Oh, Quatsch. Oh, nicht so. So, jetzt. Also, bis morgen um vier. Ich bleibe bei sechs. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020